Wir werden nackt sein. Ich werde mich auf sie legen. Sie werden in mich eindringen. Sie sind verrückt. Aber... Was glattst du mich denn alle so an? Gabriel! Sie kennen meine älteste Tochter. Ja. Sie ist schön. Ich will sie nicht belügen, sie ist krank. Sie ist nicht verrückt. Sie braucht einen Mann in ihrem Leben. Sie wollen mich also heiraten? Sie sind wahnsinnig. Ich werde sie nie lieben. Madame Rabascai-Gabrielle, Sie sind für sechs Wochen hier. Das, woran Sie leiden, nennt man die Steinkrankheit. Guten Tag. Ich mache eine Kur. Ich gehe nie nach unten. Da unten gibt es nur Kranke. Lesen Sie gerade dieses Buch? Ja. Mein Geliebter, dein Körper ist in mich eingedrungen. Ich warte nur. Du hast meine Briefe noch nicht beantwortet. Was habe ich dir getan? Du musst mit mir sprechen. Warum hast du mir nichts gesagt? Wovon redest du? Warten Sie. Was kann ich tun? Wovon 이제 ich an? Wovon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020